Im Kampf um die nordsyrische Stadt Kobane haben die USA erneut Luftangriffe auf Stellungen der Terrorgruppe Islamischer Staat geflogen. Nach Angaben des amerikanischen Militärs erfolgten die Attacken südlich und nördlich von Kobane. Trotz der Luftschläge ist der IS bei seinem Vormarsch offenbar weiter erfolgreich. Nach Einschätzung von Beobachtern haben die Islamisten mittlerweile ein Drittel der von Kurden bewohnten Stadt in ihre Gewalt gebracht.